Wenn einer eine Reise macht, dann mietet man sich entweder ein schickes Hotelzimmer oder in Zeiten von Sharing Economy übernachtet man in Wohnungen von Privatpersonen. Sieht doch ganz gut aus. Grundsätzlich gehen Sie eher ein Hotel oder mieten Sie sich in eine Privatwohnung ein. Ich bin geschäftlich unterwegs und somit im Hotel. Wenn Sie dann doch mal Urlaub haben? Dann lieber auch im Hotel. Dann wohne ich bei Freunden oder bei Couchsurfing. Ich vermiete auch selber über Airbnb. Die Wohnung sieht im Katalog super aus und ist dann der letzte Mist. Haben Sie recht auf Schadenersatz? Ich glaube nicht. Ich glaube Pech gehabt. Wüssten Sie denn, wie das rechtlich ist? Wer haftet dann? Nee, wüsste ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich es mache, mache ich mich vorher kundig. Dann müsste der Vermieter haften. Dann gibt es ja die Möglichkeit, da zu bewerten und entsprechend anzugeben, was da los war. Das ist eine späte Rache. Aber erst mal sind Sie ja da in dem Mistloch. Da. Das war dann ein eigenes Risiko sozusagen. Wenn Sie aber mal Mist machen, keine Ahnung, irgendwas geht kaputt, es bricht ein Feuer aus. Wer haftet dann? Das weiß ich gar nicht. Der Klassiker ist ja Carsharing. Und jetzt mal gucken, ob jemand dazu bereit ist, mit mir das Auto zu teilen oder ob doch alle nur ins Taxi steigen. Ich teile mein Auto mit Ihnen. Wären Sie dabei? Ja. Wärst du dabei? Ja, auf jeden Fall. Du müsstest schon Geld bezahlen? Ja, wenn es billiger ist als mit der Bahn und mit dem Bus, wäre ich dabei. Ich kann auch nicht einfach bei Fremden mit einsteigen. Woher wissen Sie, dass ich gut gucken kann und sowas? Na ja, ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Und ein bisschen Erfahrung habe ich auch. Warum sagst du sofort, ja, du weißt doch gar nicht, wie ich fahre? Aber du siehst sympathisch aus, siehst relativ gelassen aus. Nicht so, als würdest du mit 200 über die Autobahn fahren. Habt ihr es gehört? So ist es nämlich. Wäre es dir auch egal, dass ich das ja eigentlich gar nicht dürfte. Also ich habe ja keinen Personenbeförderungsschein oder wie es heißt. Ja. Egal. Egal. Wenn ich jetzt mein Auto mit Ihnen teilen würde und sage, für 5 Euro können Sie bei mir mitfahren, wären Sie dabei? Ja, definitiv. Aber dafür müssten Sie mir Ihre Daten geben. Name, Alter, Adresse. Kommt drauf an, ob Sie die Datenschutzrechtlinien einhalten, dann würde ich das machen. Ich will aber von Ihnen Name, Adresse, Alter, Beruf. Also Ihre Daten. Ja. Kriege ich? Ja. Warum? Sie sehen vertrauenserweckend aus. Na, mal alter Beruf. Äh, bin. Äh, 18 und, äh, Schüler noch. Die Geheimnummer deiner EC-Karte? Nee, ne, würde ich nicht sagen. So, Fazit. Die Sache mit dem Teilen, die läuft. Mein Auto wäre voll. Was das Kleingedruckte und die rechtliche Sache betrifft, ich mache mal eine typische Körperbewegung. Bei den meisten wäre das dann die. Lovem noch eine ähnlicheäre rechtliche Gunplaatze. orph. exciting Funny Wir haben Wir haben La... Wir haben Wir haben counseling hayır